Neben Themen wie Status und Kredibilität sind noch Kosten ein zentraler Faktor. Die Mitgliedschaft ist für uns auch aus Kostengründen attraktiv. Daneben schätzen wir einen direkten Zugang zum Orderbuch und wir profitieren noch von einem direkten Zugang zu Informationen über Neuentwicklungen und können uns selbst einbringen. Der Vorteil für unsere Börsenbank ist ein direkter, effizienter und kostengünstiger Zugriff auf die Schweizer Börse. Was klar unsere definierte Hauptbörse ist. Das sind Vorteile, die wir unseren Kunden weitergeben können. Zudem ist die Schweizer Börse ein bekannter Brand, welcher man in der Öffentlichkeit positiv wahrnimmt. Das können wir auch in Kundengespräche mitnehmen, damit wir dort Mitglied sind. Auch bei der Akkusition von neuen Kunden können wir das in die Waagschale werfen und versuchen zu punkten. Und für uns als kleine Bank ist es toll, dass die ZIX innovativ ist und regelmässig mit neuen Produkten, Services und Dienstleistungen kommt und uns offert, die wir mitmachen können oder nicht. Je nach Kundenbedürfnis, je nach Geschäftsstrategie passt es mal und manchmal nicht. Bei der St. Gallen Kantonalbank stand seit über 150 Jahren Kundennähe, Sicherheit, Kompetenz und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Die Direkte-Börse-Mitgliedschaft bringt uns die entsprechende Glaubwürdigkeit, sodass wir das Versprechen gegenüber unseren Kundinnen und Kunden erfüllen und sie begeistern können. Was ist die Möglichkeit, Abschlüsse im Swisset-Meet auszuführen? Mit der Möglichkeit, Abschlüsse im Swisset-Meet auszuführen, kann man deutliche Preis- und Liquiditätsverbesserungen für unsere Kundinnen und Kunden erreichen. Die geplanten Massnahmen im ITF-Bereich mit Quote-on-Demand und Swiss IWBO werden das Angebot neu erweitern. Aktuell ist das sicher Swisset-Meet, der Liquiditätspool der Schweizer Börse. Seit letztem Jahr sind wir auch endlich dabei und wir haben schon nach sehr kurzer Zeit festgestellt, dass die Ausführungsqualität von unseren Aufträgen einfach viel besser geworden ist, besonders in den Mid- und Small Caps. Für uns noch zusätzlich spannend ist Swisset-Meet, weil wir von der Privatbank und Klihaug aus dürfen, verschiedene Börse-gequotierte Firmen ein Kursfrage-Mandate stellen. Das heisst, wir bieten genügend Geld und Briefkörse dort in den Büchern, damit die Volatilität ausgeglättet wird. Wenn man sich dadurch in Swisset-Meet bewegt, dann spürt man schon im Vorhang ein bisschen, woher die Frauen kommen. Die Liechtensteinische Landesbank ist als Bank im EWR-Raum der EU-Regeln zur Best-Execution verpflichtet. Smart-Order-Routing ist für uns auch omnipräsent das Thema. Wir nutzen heute schon zwei Liquiditätskanäle der Schweizer Börse. Das eine ist das zentrale Limit-Orderbuch und das andere ist das Swisset-Meet. Das sind Preisverbesserungen im Aktienbereich. Die Schweizer Börse plant noch im ersten Quartal 2021 die Einführung von EBBO. Das ist ein Market-Maker-Orderbuch mit dem Ziel zum Abschluss zum besten europäischen Geld- und Briefkurs. Das 5. 0,5. 1. 2. 2. 3. 1. 3. 3.